Alright Boys, ich bin ja gerade am PC sch... Wahrscheinlich bist du gerade am PC schneiden. Hm? Ich bin ja gerade am Video schneiden, Leute. Und mir ist eine Szene aufgefallen, in der ich gestorben bin. Und ich glaube, ich habe gerade eine halbe Stunde damit verbracht, in dieser Szene wirklich den Gegner zu finden. Das eigentliche Video beginnt ein bisschen später. Ich möchte euch erstmal kurz hier so ein paar Clips zeigen. Das ist die Szene, wo ich das dann auch nochmal in Zeitlupe zeige. Also wenn an der Stelle jemand den Gegner erkennt, ähm, ja, GG auf jeden Fall. Ich habe nichts erkannt. Ihr werdet auch sehen, von wo ich angeschossen wurde. Und ihr werdet sehen, dass es einfach keinen Sinn macht. In dem... Schaut sich einfach an. Da sind die beiden. Ich glaube, die spielen Bärdreuer, deswegen, dass die pushen. Ich habe heute eine Rocket Launcher, Alter. Naja. Hast du dir... Battle Pass Gold, oder was? Ja, Mann. Und, wie findest du? Ich will halt mehr Waffenskins, als irgendwelche... Dinge, Alter. Charakter-Charakter-Scins, was bringen die mir? Hier? Ja. Mit Auto. Der ist absolut leid, glaube ich. Ich hatte da einen heftigen Schaden, also wirklich clean. Der Typ hat mich gelasert, Junge. Da war ein Typ mit Heli. Äh, Fallschirm. Heli. Ich verschritte. Ja, der kommt da wahrscheinlich. Okay. Wo ist der? Ich weiß es nicht. Sie denn? Ach, Junge, was ist das? Ähm... So, in etwa sieht es bei mir seit in etwa, ich glaube, zwei, drei Wochen aus. Falls jemand von euch einen Lösungsvorschlag hat, falls jemand das gleiche Problem hat, äh, Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich wäre euch mehr als dankbar. Ja, schaut es euch einfach an. Alright, let's go. Das ist für ein Leg. Okay. Ah ja. Super Sprint. Ah, okay. Ah ja. Usain Bolt ist auch am Start. Best feeling ever, Alter, so zu spielen. Falls ihr es nicht wusstet, es läuft bei mir so in jedem Match. In jedem Match. Ah, ja, okay. Ah ja. Natrix-Erfahrung. Okay. Ich schieße, aber der will nicht schießen. Wie viel stehe ich? Eins, zwei. Glaub, das will ich gar nicht wissen. Mein Gott, Alter. Guck mal, ich drücke Sprint. Der duckt sich. Und jetzt gleich macht er den Usain Bolt-Sprint. Guck dich das an. Okay. Was macht er jetzt? Hm, okay. Rechts, links, doch nicht. Zurück. Okay. Das war schon mal... Okay, das war jetzt... Das war jetzt die Extremversion davon. Ich habe die Legs schon so in etwa, also ich würde mal sagen, so 90% ungefähr von dem, was man jetzt so gesehen hat. 1 zu 6. Bin jetzt nachgejoint. Oh, Shipman, Shipman wird lustig. Shipman wird lustig mit diesen Legs. Waffewechsel funktioniert schon mal top. Ich habe eigen gekillt. Ich habe gerade gesehen, diese Patronenhülsen in der Luft. Das war richtig Matrix. Ich schmeiße einfach mal Nate. Der sieht mich nicht mehr, weil ich wahrscheinlich irgendwie durch die Luft geleckt bin. So habe ich Bock zu spielen. So habe ich Bock zu spielen. So in etwa geht es schon seit 2, 3 Wochen. Der Feier hat die Stellung immer noch. Ja, lasst mal das. Okay, wir probieren mal das Ganze in Warzone. Ich habe euch gerade nur den Multiplayer gezeigt, weil ich eben diesen Revolver da hochspielen wollte, um eben die Akimbo-Version davon freizustellen. Und das wollte ich dann eben in Warzone nutzen. Ich werde vielleicht gleich rüber gehen und euch mal zeigen, was für eine F... die mir zugeschickt haben. Diese kleinen... Ich finde es so geil an der Waffe, dass die einfach so grüne Ding verschießt. Okay, okay. So, und um euch mal das Ganze aus einer anderen Perspektive zu zeigen, weil ihr habt es jetzt mit Cuts und so weiter gesehen, ich werde es jetzt mal einfach durchlaufen lassen. Und dann werdet ihr das Ganze jetzt mal ohne Cut für so vielleicht eine Minute oder so ein bisschen sehen. Okay. So, übrigens der Superslide. Für den Superslide müsst ihr Kreis beziehungsweise auch PC, weiß ich nicht, wie es heißt. Da müsst ihr auf jeden Fall hier rutschen oder ducken gedrückt halten und dann die Taste eben so hart drücken, dass sie durchbricht. Matrix. Okay, wir werden trotzdem versuchen, hier einen Sieg zu holen. Da ist ein Gegner. Ich kann eigentlich einfach nur hier so gedrückt halten und einfach durch die Gegend schießen. Und hier werden dessen auch was anderes machen. Ich kann noch ein Stück hier finden. Von meinem Red Bull gönnt ich hier. Macht ja geil Unterschied. Ja, ich bin gerade vorgelaufen. Der ist wieder zurück. Oh, unser Teammate ist down. Ich würde dir gerne helfen, Bro, aber... Okay, wir sind jetzt im Gulag. 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 Genau, das ist, das ist ein Gulag. Ich habe auf jeden Fall... Ich wurde von Minecraft Max ge... Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist... College Beats